So, dann machen wir uns ready, die Stürme, die Stürme wird eingeschmalzt Jo mein lieben Zuschauer und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video Nicht alleine, sondern mit dem lieben Bin-Julian Und ja, wir sind auf dem Bitsi-TV-Server, der mir kein VIP geben will Aber er hat VIP, deswegen haben wir jetzt ein bisschen Spaß und spielen Skywars zu Hause Dein Gesicht muss da so drin sein, damit ich mehr Klicks kriege, weißt du? Alles klar Also ich fand's nicht lustig und ich hab auch nicht gelacht Also mein Hals ist eigentlich relativ kaputt, deswegen, ich weiß auch nicht wieso Ich weiß echt nicht wieso, wieso ist mein Hals eigentlich so kaputt? Entschuldigung Sie wechseln Nein Okay, Alter, los Alter, ich hab 4 TNT, was zu wenig ist für die Mitte Wie viel TNT hast du? 30 Oh mein Gott Wow Ich hab dir selber gekauft, nicht? So kommst du Hallo Na Komm Ja, ja, ich hab WOOOOO Alter Ja Ich hab geschafft Hallo Darkness, my old friend Nebel League Sollte mal auf diesen Server kommen Alter Junge, wie dieser Server exploden würde, würde direkt abstürzen Nicht so vielen User Ja Ja Was ist das denn? Ich hab drin Bitte sagt mir, dass Busy es nicht gefixt hat und ich habe jetzt Enterhaken. Es ist ne Einserrunde. Oh fuck. Ey, Digga, das deckt sich oberse... Ey, ich mach... Und 3, 2, 1... Oh! Nein, nein, nein! Is it sad? Ja! Hallo! Hilf mir bitte! Hier vorne! Bitte! Ah, hi! Hilf mir! Ja! Och, Dankeschön! Ja, das... Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich es da rein schaffe... Ah, was wird... Ah! Ah! Und wenn Senpai sich dann hoch baut und ihr hoch schaut, setzt er oben auf die Plattform schneller im Boot drauf, Gangster MLG Shit! Ich hab gewonnen! Du hast gewonnen?! Was?! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckereien! Kannst du weiter? Ich... Äh... Ne... Salz und Mehl gibt es Schlecker und zähl das Geld, denn du bist Fleiß... ... 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